So, willkommen. Sag mal, was ist hier... Was zum... Henker? Warum schieße ich da jedes Mal, wenn ich aus dem Menü rausgehe? Das ist ja nicht mehr feierlich. Willkommen zurück zu Outland, wollte ich sagen. Und irgendwie bin ich hier trotzdem nicht so wirklich gut. Und ich weiß auch nicht, diese Gegner, die setzen mir doch ein bisschen zu, diese so schnellen Gegner. Das war, glaube ich, eher nicht so klug. Da hätte ich vielleicht vorher mal schauen sollen, wo ich da unten rauskomme. Aber das nur so nebenbei. Hier ist übrigens noch eine zweite Taktik, wenn jemand hier oben kommt. Ups, das habe ich gesehen. Okay. Okay, gut. Ich will den hier mal zur Seite aus dem Weg räumen, damit ich da beim Zurückgehen nicht dran hängen bleibe. Epp. Ich dachte eigentlich, ich komme da rüber, wenn ich ganz am Ende abspringe. Ähm, warum ist da jetzt zu, da rechts? Habe ich ernsthaft, als ich unten wieder gespawnt bin, nicht den Schalter gedrückt? Hätte ich hier nochmal drücken müssen. Ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Ich dachte eigentlich, beim Zurücklaufen hätte ich dann den Checkpoint nochmal aktiviert. Waaah! Ach komm, lass mich einfach durch. Tschüss. Du bist mir egal. Mann, 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 Mann. Irgendwie. Habe ich wenigstens dieses Teil da unten? Ja, das habe ich. Hey, ey! Äh, okay. Das war nicht so klug. Ach, herrje. Irgendwie. Es ist nicht ganz meine Aufnahme gerade, ne? Nicht ganz mein Level. Das ist auch hier hoch, hier rüber. Und dann habe ich es ja auch schon. Guck mal, er war doch gar nicht schwer. Checkpoint. Waaah! Das war knapp. Hihi. Ich kann nicht treffen und du mich nicht. Das ist ja cool. Das muss ich mir merken. Das ist extrem cool. Das muss ich mir echt merken. Das, äh, ist jetzt weniger cool. Okay. Dieses ganze Farbgedöns hat mich gerade echt ein bisschen durcheinander gebracht. Naja. Hä? Farbe wechseln. Sehr schön. Und Farbe wechseln. Nee, eben nicht Farbe wechseln. Aber halt weg von dem Rot. Rot ist böse, wenn ich blau bin. Wissen wir ja im Prinzip alles schon. Ist gar nicht so schwer. Nur die Anwendung an der Haarpatz manchmal ein bisschen. So, und wenn du mich schon hier hoch schickst, will ich doch mal wissen, ob da drüben noch raus ist. Aber nein. Tatsächlich nicht. Und das sieht ja grandios aus. Geh mal weg. Moment, da oben ist doch noch was, oder? Unten geht's auf jeden Fall weiter, aber da oben ist auf jeden Fall was. Vielleicht ist ich hier rüber. Yep. Auf jeden Fall Heilung. Heilung ist schon mal gut. Und wow, das war knapp. Gibt's da links noch irgendwas? Nein, da war ich schon genau. Da hab ich mich rüber geschossen. Hey. Da will ich hin. Ne? Wir hoffen. Eigentlich mach ich das ja nur aus Angst, dass hier ein Gegner sein könnte. Tja, du schießt. Aber ich kann auch schießen. So sieht's nämlich aus. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier links runter. Runter, genau. Und der Schalter dafür ist da rechts hinten. Komm, geh weg. Wie krieg ich dich? Hey. Okay. Ich kümmere mich um den, wenn ich auf dem Rückweg bin. Hey, die Quallen. Ich verlange nicht mehr. Und jetzt macht sie natürlich genau wieder in dem Moment ihren Strom, in dem ich... Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock, euch anzufassen. Natürlich. Kommt hier hoch, in dem Moment, in dem ich... ...indem ich... ...äh... ...hier wissen, was ich meine. Indem ich mich hochziehe. Da wirkt er sich plötzlich auf mich zu. Ach. Oh mein Gott, ich maul viel zu sehr hier rum. Was soll das? Das bringt doch nix. Ich muss einfach besser werden. So sieht's aus. Ich muss einfach besser werden. Ich muss damit umgehen. Ich muss lernen, was das Spiel für mich bereithält. Und damit umgehen lernen. War das gerade ein bisschen knapp, oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das war in dem Sinne halt knapp, weil er... ...wahrscheinlich bald... ...den Strom angemacht hätte. Und ich auch nur noch ein Herz hatte. So, wie komm ich da hoch? Ich würde gerne da hoch. Ah, da oben ist ein Launchpad. Guck mal. Das klappt doch bestimmt. Vielleicht sollte ich einfach blau bleiben. Hey. Klappt doch. Komm ich da wieder? Ich komm da ja gar nicht mehr wieder hoch. Ähm, Moment. Achso, haha, ich muss da gar nicht hoch. Na klar. Ich muss da unten rum. Da war ja was. Nämlich das hier. Da hast du den zufrieden. Dann komm ich da hoch. Ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf darüber, dass er sich an den Kanten hochzieht, statt abzuspringen, wenn ich springe. Guck mal. Nein, 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 nein. Ich muss einfach die Ruhe selbst sein. Die Steuerung ist bestimmt toll, so. Die Entwickler haben sich bestimmt was dabei gedacht. Mhm. Ganz bestimmt. Sag mal. Ist mir jetzt egal. Ich bin hier weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hoffe mal, ich komm hier hoch. Jetzt ist hier offen. Guck mal. So ein Zufall. Und der da könnte ein Herz haben. Deswegen ist mir spontan überhaupt nicht egal. Ich wollte gerade sagen, er ist mir egal. Aber wie gesagt, er könnte ein Herz gehabt haben. Er hätte ein Herz gehabt haben können. Das war knapp. So. Wo geht's hin? Da oben. Dafür muss ich einfach nur senkrecht hoch. Nein. 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 Oh. Verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Habe ich jetzt den Schalter schon gedrückt? Ja, habe ich. In dem Fall habe ich ihn gedrückt. Oh, verdammt. Mist. Ach, Herrge. Da bin ich aber auch selber dran schuld gewesen. Ach, wisst ihr was? Ich kämpfe mich da nochmal durch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder da oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.